Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Videoformat TIB Pitch. Mein Name ist Sören Auer und ich bin Direktor der TIB, dem Leibniz Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Bibliothek der Leibniz Universität Hannover. Wir sind zum einen die weltgrößte Bibliothek im Bereich Technik und Naturwissenschaften und zum anderen mehr als eine Bibliothek, nämlich eine Forschungseinrichtung der Leibniz Gemeinschaft und als solche forschen wir an spannenden Themen im Bereich Data und Open Science, künstliche Intelligenz und Visual Analytics. Wir verbinden täglich die Bereiche klassische Bibliothek und Forschung und bieten vor Ort und online Dienste an, mit denen wir euch durch den Informationsdschungel geleiten sowie freien Zugang zu Informationen ermöglichen. Um euch all das zu zeigen, haben wir das Format TIB Pitch ins Leben gerufen. Seid gespannt auf die nächsten Wochen und Monate. Wenn ihr selbst Wünsche oder Vorschläge für Themen habt, kontaktiert uns per E-Mail oder auf Instagram. Wir freuen uns darauf, viel Spaß und bis bald!